Schönen guten Morgen! Schön, dass du dir Zeit nimmst heute mit uns zu meditieren und für die Meditation finde einen bequemen aufrechten Sitz und du kannst dich so wie wir im Schneidersitz auf den Boden setzen und dafür ein Kissen unter den Po tun. Das kann ganz angenehm sein, weil das Becken so ein bisschen nach vorne kippen kann und sich die Wirbelsäule so noch mehr aufrichtet. Wenn es für dich unangenehm ist, auf den Boden zu setzen, dann kannst du dich auch auf den Stuhl setzen und die Beine nebeneinander tun, die Füße beide auf den Boden. Dann finde jetzt deinen Sitz und dann bring deine Hände auf deine Oberschenkel. Das kannst du so wie wir machen, in geschlossener Form oder kannst du auch hoch zum Himmel drehen. Mach so wie es für dich angenehm ist. Und dann zieh einmal deine Schultern hoch zu den Ohren und atme dabei tief ein. Bei der Ausatmung lass sie sanft nach hinten sinken und spür, wie sich deine Wirbelsäule noch mehr aufrichtet, wie sich dein Herz öffnet. Und dann kannst du jetzt langsam deine Augen schließen und dann nimm leicht deinen Kinn so nach vorne, nach unten, ganz leicht, sodass du merkst, dass sich dein Nacken und die Wirbelsäule noch ein bisschen mehr aufrichten. Und dann schau, dass du bequem sitzt. Du sollst zwar gerade sitzen, aber es soll bequem und angenehm sein. Und dann lass uns einen tiefen Atemzug durch die Nase nehmen und aus durch den Mund. Noch ein letztes Mal tief ein durch die Nase und aus durch den Mund. Und dann lass deinen Atem los, lass ihn fließen. Und dann komm einfach an hier in dem Moment, in deinem Körper. Spür, wie deine Sitzbeinhöcke auf dem Boden sitzen oder auf dem Stuhl. Spür, wie deine Hände auf deinen Oberschenkeln. Und schick jetzt bewusst Entspannung in deinen Körper. Entspann deine Gesichtsmuskeln, deine Stirn, dein Kiefer, deine Zunge. Deine Schultern, deine Arme, deine Beine. Und komm an. Und dann lass uns jetzt gemeinsam eine Intention für den Tag setzen, ein Fokus. Denn da, wo wir unseren Fokus drauf richten, dahin fließt die Energie. Und das ist so wichtig, weil wir Menschen haben 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Und die Forschung zeigt, dass ein Großteil dieser Gedanken negativ ist. Und nicht nur negativ, sondern sich auch immer wieder wiederholt. Also repetitiv ist. Das heißt, wir hängen ganz oft immer wieder in den gleichen negativen Denkmustern. Machen uns über die gleichen Dinge Sorgen. Und wenn wir uns eine Intention setzen, einen Fokus, dann können wir die Energie auf die Dinge richten, die wir in unser Leben ziehen wollen. Die positiven Dinge. Und dann horch mal in dich rein heute Morgen und spür mal, was du heute erschaffen möchtest. Was willst du erschaffen? Was willst du heute fühlen? Wer willst du sein heute? Wenn du dich zum Beispiel stark und selbstbewusst fühlen möchtest, dann könnte deine Intention sein, dass du heute Selbstvertrauen hast. Dass du vertraust in deine Fähigkeiten, in dein Können. Mit den inneren Kritiker einfach mal ein bisschen abstellst. Wichtig ist bei der Intention, dass es etwas ist, was du selber beeinflussen kannst. Nicht, was irgendjemand anders machen soll, sondern was du in der Hand hast. Wenn du mehr Liebe spüren möchtest, dann könnte deine Intention sein, dass du heute voller Liebe, liebevoll mit dir selber sprichst, so wie du mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin sprechen würdest. Und mit allen anderen, die du heute begeben bist und mit allen ein Lächeln schenkst und liebevolle Worte findest. Und dann finde jetzt deine Intention und spür sie, wie sie sich in deinem Körper manifestiert. Spür all die positiven Emotionen, die sich mit dieser Intention verbinden. Und dann committe dich, dass du heute in allem, was du denkst, sagst, fühlst und tust, diese Intention zur Priorität machst. Dass du dich immer wieder zurück daran erinnerst, dass du heute diese Intention in dein Leben integrierst. Dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug hier durch die Nase und aus durch den Mund und lass die Intention jetzt los. Und für die Meditation werden wir jetzt ein Mantra benutzen, ein Sanskrit Mantra, Soham. Soham bedeutet, ich bin und ich bin nicht in einem egoistischen oder individualistischen Sinne, sondern ich bin das Universum. Ich bin der Schöpfer meiner Welt. Und sprich jetzt jetzt einmal laut aus mit mir zusammen. Soham. Nochmal, Soham. Und dann flüstert das Mantra. Soham. 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 Und dann wiederhole es jetzt in Stille zu dir selber und du kannst bei jeder Einatmung leise zu dir sagen. So. Und bei jeder Ausatmung. Soham. Soham. Und dann fang jetzt an, leise zu dir zu sagen, bei jeder Einatmung zu, bei jeder Ausatmung haben. Und dann fang jetzt an, leise zu dir selber und du kannst bei jeder Einatmung, 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 bei jeder Einatmung. Und dann würde, also wie zu dir selber als einatmung, bei jeder Einatmung, bei jeder Einatmung, bei jeder Einatmung. Und dann fang jetzt an. Und dann fang jetzt an, leise zu dir gehe strange. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier und jetzt ankommen. Dann bring deine Hände vor dem Herzen zusammen. Und bedanke dich bei dir selber. Bedanke dich für die Meditation, dafür, dass du die Zeit für dich selbst genommen hast. Und immer wenn du während des Tages genervt bist, gestresst, wenn dir alles zu viel wird, dann nimm einen tiefen Atemzug und verbinde dich mit deiner Intention. Ich wünsche dir einen wunderschönen, fokussierten Tag. Team 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 Team